ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Stay down, Paul! Ich bin dumm, weil ich kein Terrorist bin? Das hier ist kein Spiel! Nicht für sich! Bring ich was zu trinken. Was ist mit dem? Er ist ein Freund von mir. Der sucht sich junge Typen, Versager wie Sie. Die bringt er in die Moschee und unterzieht sie in der Gehirnerschein. Verlaugener Penner. Wie läuft's? Ich will ihn mit dem nächsten Flieger nach Berlin zurückschicken. Ja, das geht aber nicht. Sonst würden Sie es wollten. Heute lernen Sie, was regelt. Eine Regel lautet, keine Haustiere. Ich will, dass Sie uns töten und es mir dann bringen. Sie sehen ein bisschen mitgenommen aus. Wie viele Tage? Wie viele Tage? Sie haben nichts gegen mich in der Hand. Nicht mal einfetzen. Beweis material.